Guten Tag meine Damen und Herren, ich darf Sie heute ganz herzlich begrüßen zu unserer ersten E-Class Online Veranstaltung nach der Weihnachtspause. Ihnen allen, das denke ich, darf man heute immer noch sagen, frohes neues Jahr und wir starten dieses Jahr mit einem wirklich sehr spannenden Vortrag. Wir haben das jetzt auch gemerkt, hier in den Anmeldungen, der Vortrag, den wir heute anbieten können zum Thema Einsatz von E-Class im E-Procurement-System der Deutschen Bahn AG. Der hat doch ein gewisses Echo gefunden. Wir freuen uns darüber. Wir möchten alle ganz herzlich begrüßen dazu und ja, den Vortrag wird heute der Herr Wick von der Deutschen Bahn präsentieren. Der Herr Wick ist zum einen verantwortlich bei der Deutschen Bahn als Leiter des Materialstammdatenmanagements und zum anderen hat er natürlich die weitere Funktion im E-Class e.V. als E-Class-Vorstand. Von daher haben wir da wirklich heute ganz gebündeltes Know-how aus der Seite E-Class und der Seite Deutsche Bahn. Ja, ich sage einfach mal Hallo Herr Wick. Ja, auch von mir ein Hallo an die Teilnehmer in die Runde. Hallo Herr Lindner. Ja, super. Die Leitung zwischen Berlin und Köln steht perfekt. Sie haben vielleicht schon gemerkt, als Teilnehmer. Wir haben hier immer mit einem kleinen Zeitverzug auch zu kämpfen. Das ist einfach die Technik, die wir hier über Voice-over-IP anbieten. Das ist für sie eine kostenfreie Technik, aber hat natürlich gewisse kleinere Mängel. Eben das eine ist der Zeitverzug, den die Redner über das Mikrofon haben. Das andere ist, dass die Tonqualität auch teilweise nicht ganz high-end ist. Das heißt, kleinere Aussetzer sind immer mal möglich. Trotzdem haben wir damit eigentlich eine gute Erfahrung gemacht und haben eigentlich das Feedback bekommen, dass es für jeden gut verständlich ist. Ich möchte jetzt ganz kurz für die Teilnehmer, die zum ersten Mal dabei sind, noch zwei, drei Dinge zur Programmoberfläche sagen oder auch zu dem, was Sie als Teilnehmer hier an Feedbackmöglichkeit oder auch an Beteiligung haben. Sie sehen praktisch auf der linken Spalte immer das Bild von demjenigen, der gerade redet. Das bin momentan ich. Darunter befindet sich der Chat-Pod. Sie haben in diesem Chat-Pod diese Eingabezeile. In der Eingabezeile können Sie eine Frage ganz normal über Ihre Tastatur eintippen und dann auf den abgewinkelten Pfeil rechts daneben klicken. Das bedeutet, dass wir Ihre Frage bei uns auf dem Desktop lesen können, sehen können, was Sie interessiert. Und wir machen das im Allgemeinen so, dass die Fragen nach dem Vortrag beantwortet werden können. Da haben wir eine kleine Fragerunde. Da kann der Herr Wick dann nochmal direkt auf Ihre Fragen eingehen. Und genau. Ansonsten wird dieses Meeting auch aufgezeichnet, wie alle anderen Meetings, die wir gemacht haben. Das heißt, Sie können auch sich die aufgezeichnete Veranstaltung dann nochmal bei uns im Internet als Flash-Film anschauen. Ja, ich denke, das wäre jetzt genug an Vorrede. Ich würde jetzt gleich das Wort an Sie, Herr Wick, übergeben und schalte auch direkt auf Ihre Folien. Ja, schönen Dank, Herr Lindner. Meine Damen, meine Herren, ich will nicht allzu viel in meinem Folienvortrag erzählen, weil nachher noch eine Live-Präsentation in unserem E-Procurement-System Ihnen vorgeführt werden sollen. Nichtsdestotrotz muss ich aber doch einige Worte zum Einkauf der Deutschen Bahn AG sagen, wie wir organisiert, strukturiert sind, systemtechnisch aufgebaut sind, nicht unbedingt vergleichbar mit anderen Konzernen. Dazu soll eben als Einstimmung und auch zur Prozessdarstellung, wie läuft es in unserem E-Procurement-System, dieser Vortrag erstmal dienen. Ein Kurzüberblick über den Einkauf der Deutschen Bahn AG. Wir sind zwar privatisiert in dem Sinne, dass wir nun als AG fungieren und nicht mehr als Sondervermögen. Nichtsdestotrotz sind wir aber im Sinne der EU ein Sektorenauftraggeber im Bereich des Verkehrs und haben gewisse vergaberechtliche Spielregeln einzuhalten, die entsprechend niedergelegt sind in der Verdingungsordnung für Lieferleistungen und für Bauleistungen. In der Regel ist dies für den im E-Procurement vorkommenden Waren- und Dienstleistungsbereich, der noch eine Alterles hat, der Abschnitt 4 der VOL. Was heißt das letztendlich? Dass wir Vergaben mit einem Volumen von mehr als diesen ab diesem Jahr geltenden 387.000 Euro europaweit bekannt gemacht und im europaweiten Wettbewerb vergeben werden müssen. Im Bau ein bisschen mehr, da sind es etwas über 4,8 Millionen Euro. Das heißt, alles, was Sie auch bei uns im E-Procurement-System wiederfinden, ist vorher in einem klassischen Vergabeverfahren ausgeschrieben und verhandelt worden, sofern der Jahresbetrag über 387.000 Euro liegt, was in der Regel der Fall ist. Etwas, was ganz entscheidend ist für einen großen Konzern, ich sage mal, die DB im klassischen Sinne ohne Schenker International hat immer noch insgesamt um die 200.000 Mitarbeiter. Wir haben aber nur einen zentralen Einkauf, der fast alle Bedürfnisse im Einkauf für die beteiligten Konzernunternehmen abdeckt. Also nicht ein werksorientierter Einkauf, sondern ein zentral orientierter Einkauf, der sich dann letztendlich auch in unserer IT-Landschaft widerspiegelt. Auch das ist etwas ungewöhnlich, eher der Geschichte unserer Herkunft geschuldet oder gedankt, je nachdem, wie man es sieht. Ein zentrales, ein zentrales, wie man auf neudeutsch so schön sagt, ERP, also betriebswirtschaftliches System, ein einziges SAP R3 mit einem Mandanten und darin untergeordnet, circa 160, etwas mehr als 160, 60 rechtlich selbstständige Gesellschaften, AGs, GmbHs, Busgesellschaften, Dienstleistungsgesellschaften, die letztendlich auch auf das eine E-Procurement-System, was ich Ihnen hinterher vorstellen werde, zugreife. Das bedeutet natürlich schon ein ganz gewaltiges Volumen. Es bedeutet auch, dass alles relativ übersichtlich ist. Die anderen Systeme, die es da herumgibt, ist wie in jedem Unternehmen auch. SAP ist sehr mächtig, kann aber nicht alles abdecken. Da gibt es dann auch die diversen Konstruktions- und CAD-Systeme und was man so alles hat im Vertrieb auch. Was uns speziell interessiert, ist eben das zentrale SAP R3 und daran angeschlossen, worauf ich nachher eingehen werde, unser E-Procurement-System mit dem Namen Klickshop und darüber hinaus noch einen, auf Neudeutsch genannt, Sourcing-Plattform, in dem wir im Internet unsere Anfragen platzieren, zugelassene Bieter auf der Plattform ihr Angebot abgeben können. Diese beiden Systeme, sowohl der Klickshop als auch die Anfrageplattform My Business, arbeiten nach außen hin, ausschließlich mit der Klassifikation nach E-Class in unserer Welt mit der Version 5.1.3. Darüber hinaus natürlich noch die obligatorischen Auswertesysteme, die klassischen Business Warehouse von SAP. Tiefer möchte ich eigentlich nicht in unserer IT-Welt eingehen. Das sieht in jedem Konzern etwas anders aus. Der Vorteil ist halt eben bei dem Konzern Deutsche Bahn AG, dass wir ein Kernsystem haben, auf dem wir alles aufbauen, unsere Stammdaten, letztendlich auch unser E-Procurement-System. Ein kurzer Screenshot. Ich glaube kaum, dass es in Detail lesbar ist, unserer Sourcing-Plattform. Auch hier können Sie sehen, das sind dann im Prinzip im Internet weltweit bekannt gemachte Anfragen nach E-Class strukturiert. Will ich hier nicht weiter eingehen, hat mit unserem E-Procurement-System als solchen nichts zu tun. Wie sieht der Klickshop oder unsere E-Procurement-Architektur im Prinzip aus? Auf der einen Seite der Lieferant, der je nachdem eine Vollintegration, eine elektronische Vollintegration oder eine Basic-Integration mit unserem Katalog-System hat. Momentan ist es noch ein Katalog von BOET. Wir haben im letzten Jahr vom ehemals IBP SAP umgestellt auf SAP SAM. Das ist letztendlich das Kernsystem, wo die Daten zusammenfließen und verwaltet werden, herübergegeben werden an unser zentrales SAP-System der Deutschen Bahn AG. Und von dort aus werden die Bestellungen, die Wareneingänge und die Gutschriften, die Besonderheit bei uns im Klickshop, gehe ich später noch einmal in Detail ein. Wir arbeiten mit dem Gutschriftverfahren. Das heißt, der Lieferant braucht uns über den Klickshop bestellten Leistungen keine Rechnungen mehr bestellen. Die Basisdaten oder die Basisstandards, für die wir uns entschieden haben, sind auf einer Seite mal das Katalog, das Datenaustauschformat BME-CAD 1.2. Es gibt zwar eine aktuellere Version des BME-CAD, aber wir verwenden nach wie vor die Version 1.2. und eben E-Class 5.1.x, in dem Falle 5.1.3. Wie sieht nun der eigentliche Prozess in unserem E-Procurement-System aus? Der Lieferant, wir sind insgesamt über 60, liefert seine Daten elektronisch, entweder über Direktanbindung oder per Upload, sei es HTTP oder FTP-Upload, an unser Procurement-System im Datenaustauschformat BME-CAD 1.2 und durchstrukturiert bis auf die E-Class-Untergruppe nach 5.1.x. Warum bis auf die Untergruppe, gehe ich später noch ein, auch gerade in der Darstellung des Katalogs selber. Der dort angelieferte Katalog wird vom Zentraleinkäufer geprüft und freigegeben, sodass dann der Bestellberechtigte innerhalb des Konzerns der Deutschen Bahn AG aus diesem Katalog bzw. aus diesen Katalogen dann seine Bestellung generieren kann. Die Bestellung geht auf elektronischem Wege zum Lieferanten hinein, entweder über eine Vollintegration, sodass es schon in seinem Vertriebssystem drin ist, oder eben über eine Basisintegration. Das heißt, er kriegt dann eine Mail-Benachrichtigung, es liegt eine neue Bestellung vor, bitte abholen und ausführen. Er liefert dann die Ware vereinbarungsgemäß zu den Konditionen, die im Kontrakt der hinterstehenden Rahmenvertrag ausgehandelt sind, Preise, Lieferzeiten, Skonti etc. Momentan ist es so, dass wir noch einen Wareneingang buchen tun. Das ist erforderlich für die Teilgutschrift. Für einen gewissen Bereich werden wir in unmittelbarer Zukunft sogar die Wareneingangsbestätigung abschaffen. Das heißt, dort wird vom System gesagt, beim Lieferanten X, der für dieses Verfahren in Frage kommt, ist vereinbart, die Ware wird innerhalb von 24 Stunden geliefert und ab dem Bestelltatendatum plus 24 Stunden setzt das System automatisch den Flag, jawohl, Ware ist gekommen. Ob sie nun physisch tatsächlich gekommen ist oder nicht, spielt keine Rolle. Über diesen Wareneingang, entweder bestätigt durch eine natürliche Person oder eben durch das System, wird eine Gutschrift erzeugt. Die Gutschrift wird direkt per Papier und auf elektronischem Wege dem Lieferanten zugeteilt. Es erfolgt dann auch die entsprechende, nach einmal pro Woche der Zahl auf und der Lieferant hat sein Geld, ohne dass noch eine Rechnung gestellt werden muss. Momentan ist es auch so, dass auch eine Teilgutschrift erzeugt wird, beispielsweise zehn Einheiten bestellt, nur fünf geliefert und fünf im Wareneingang bestätigt. Dann wird eben auch nur eine Gutschrift über diese fünf Stück erzeugt. Für die Artikel, wo später mal, beziehungsweise für die Lieferanten, wo später mal auf den menschlichen, in Anführungszeichen, Wareneingang verzichtet wird und der Wareneingang vom System erzeugt wird, obliegt es dann dem Besteller, eventuelle Minderlieferungen Minderlieferungen zu reklamieren. Das ist also, glaube ich, nicht unbedingt üblich in der Industrie. Da sind wir schon einen, glaube ich, sehr weiten Schritt vorangegangen. Hat uns auch konzernintern sehr viel Überzeugungsarbeit gekostet, eben dieses Verfahren zur Vereinfachung der Prozesse bei uns, auch zur Vereinfachung der Prozesse beim Lieferanten durchzusetzen. Welche Rollen haben wir im Klickshop? Wir haben es etwas mit einem Schmunzeln so genannt, den sogenannten Schaufensterbummel. Wir haben ein internes Netzwerk, an dem mehr als 50.000 Mitarbeiter der Deutschen Bahn, des Konzerns Deutsche Bahn AG, angeschlossen sind. Es ist klar, es können nicht alle sein. Die meisten sind irgendwo unterwegs auf der Baustelle, fahren Lok, sind Zugbegleiter. Die sind natürlich nicht permanent im Büro und haben Zugriff über ein Online-System. Die können sich in dem Procurement-System Klickshop anschauen, welche Artikel es gibt, können einen Warenkorb füllen, sind aber nicht berechtigt, eine Bestellung auszulösen. Es gibt dann die sogenannten Bestellberechtigten. Das sind etwas über 3.500 Personen im Konzern. In der Regel sage ich mal so zur Vereinfachung die Sekretärin oder der Controller oder die Controllerin innerhalb einer Abteilung, die die Bestellung auslöst und damit nicht jeder einen Bleistift beim Lieferanten bestellt, sondern die Bestellung gebündelt eingehen. Darüber gibt es natürlich die Wareneingangsbucher nach dem strengen Vier-Augen-Prinzip und letztendlich die Funktionen, die im Reporting notwendig sind. Wie viel ist bestellt worden? Wie viel ist gelaufen in den einzelnen Warengruppen? Das System, so wie es Ihnen jetzt vorgestellt haben, ist definitiv im siebten Produktionsjahr 2003. Ende 2003 sind wir live gegangen. Wir haben die Vorteile mal ganz kurz aufgelistet für den Lieferanten, den wir mit unserem Procurementsystem haben. Es ist so, dass keinerlei Transaktionskosten auf diesem in Anführungszeichen Marktplatz entstehen. Es ist kein eigentlicher Marktplatz im Sinne, dass jeder dort drauf kommt, sondern nur für die Deutsche Bahn, für den Konzern Deutsche Bahn AG selbst. Beide Seiten, sowohl Besteller als auch Lieferant, haben erhebliche Prozessvorteile. Wir haben einen durchgängigen elektronischen Prozess ohne Medienbrüche. Das heißt, Fehler werden vermieden. Es wird keine falsche Bestellnummer abgeschrieben. Es gibt keine Reklamation. Das wollte ich eigentlich nicht haben, sondern was anderes. Wir haben die maschimelle Verarbeitung von Bestellungen und Gutschriften automatisiert bzw. vollautomatisiert, wenn eine Vollintegration auf Seiten des Lieferanten gegeben ist, was natürlich auch in Abhängigkeit ist von der Bestellhäufigkeit. Wir erreichen damit sehr, sehr schnelle Zahlläufe durch den Wareneingang und durch das Gutschriftverfahren, insbesondere dann, wenn in gewissen Bereichen eben auch auf den menschlichen Wareneingang verzichtet wird, was durch die Standardisierung möglich ist, wesentlich häufigere Katalog-Updates, was Preise und Artikel betrifft, potenziell mehr Bestellungen. In der Vergangenheit war es so, dass viele Mitarbeiter des Konzerns doch gerne mal zum Baumarkt oder zum Büromarkt um die Ecke gegangen sind und dort ihre Bleistift, ihre Flipchart oder sonst was gekauft haben. Das ist mit dem bequemen System, was wir momentan im Einsatz haben, ich will nicht sagen auf 0% zurückgegangen, aber signifikant zurückgegangen. Das heißt, auch die Lieferanten, die dort integriert sind, haben tatsächlich mehr Bestellungen bekommen, als es in der Vergangenheit war. Es ist die Möglichkeit gegeben, eben durch den Katalog eine erweiterte und gut beschriebene und gut bebilderte Produktpalette anzubieten, zeige ich Ihnen nachher. Ein sehr, sehr hohes Ziel, was wir uns alle gesetzt haben, irgendwann wird vielleicht mal der Papierkatalog obsolet sein, noch ist das nicht. Und da haben wir uns auf die Fahne geschrieben, als Deutsche Bahn AG, wir bleiben im aktuell gültigen Standard und verzichten auf den bisher im Vorsystem, in dem alten System angewandten, bahnspezifischen Format. Wir haben nichts an E-Class verändert und wir sind auch im BME-Standard streng geblieben. Und was ganz wichtig ist, alle Lieferanten, die bei uns einen Clickshop-Katalog integriert haben, bekommen auf Wunsch kostenfrei einen Zugang zu eben genau diesem Clickshop, damit sie sehen, wie ihr Katalog unseren Bedarfsträgern gegenüber präsentiert wird. Das wird auch von den Lieferanten sehr fleißig genutzt. Wie sieht es aus? Was haben wir momentan in unserem Procurement-System drin? Es sind insgesamt mit allen Artikeln etwas unter einer Million, so circa 900 bis 940.000 Artikel in etwas mehr als 60 Katalogverträgen, wovon ich sagen muss, dass drei Viertels dieser Lieferanten auch zur Gruppe der kleinen und mittelständischen Unternehmen zu zählen sind. Kataloge werden geliefert im Austauschformat nach BME-Cat 1.2. Die Artikel, wie gesagt, sind klassifiziert nach E-Class 5.13. Und wir haben jetzt relativ konstant, trotz des schlechten letzten Jahres der Wirtschaftskrise, ein Jahresbestellvolumen von circa 50 Millionen Euro. Also nicht ganz unerheblich. So, und jetzt würde ich Ihnen gerne mal Teile des Systems zeigen. Dazu gehen wir jetzt in unser Live-System. Ich bin nun nicht berechtigt, selbst zu bestellen. Ich kann mir das nur aussuchen. Aber das macht nichts. Ich hoffe, Sie sehen es schon. Das ist jetzt quasi das Startbild für den Mitarbeiter, wie wir es genannt haben, Schaufensterbummel. Das ist natürlich Design-Vorgaben, wie wir es selber gerne haben. Hier sehen Sie, wenn auch nicht lesbar, eine Liste aller Kataloge, die für alle 160 Unternehmen freigegeben sind. Und ich kann jetzt hier nach gewissen Regeln, nach Produkten suchen. Ich kann mir E-Class aufblenden. Ich kann mir aber auch den Katalog so strukturiert, wie es der Lieferant darstellt, weil unsere Bedarfsträger in der Regel eher geneigt sind, noch nach dem Papierkatalog-Klassifikation zu suchen, als nach E-Class. Wie sieht so eine Suche aus? Ich gebe mal einfach ein sehr technisches Produkt ein und zeige Ihnen mal das Ergebnis. OKS, es wird ein bisschen dauern. Da ist es schon. So sieht letztendlich dann die Darstellung des Ergebnisses aus. Ein sehr komplexes technisches Produkt. Ich blende mal die Bilder ein, obwohl hierzu keine Bilder vorhanden sind. Gleitlack. Hier sieht man auch den Lieferanten. Ein kleiner technischer Handel in der Nähe von Cottbus, 60 Mitarbeiter, der uns für mehreren Produkten versorgt. Ein Wassergleitlack. Ich klicke mal hier auf und gehe auch auf das Vollbild. Hier sehen Sie dann die Beschreibung mit dem Lieferantennummer, mit allen möglichen Angaben. Sogar die EAN-Nummer ist hier vorhanden. Die Möglichkeit in einem solchen Procurement-System, sagte ich schon, Sie können Dateien, Bilder, Texte etc. pp. mitgeben. Dann werde ich gleich darauf eingeben. Die direkte Beschreibung, die einzelnen Konditionen etc. pp. Einschließlich der Klassifikation hier. Ich habe dieses Beispiel bewusst gewählt, um Ihnen mal zu zeigen, was es bedeutet, einen Anhang beizugeben. In dem Fall das sicherlich bei dem einen oder anderen auch schon bekannte, jetzt hoffe ich, dass es macht, jawohl, Sicherheitsdatenblatt. Sehr beliebtes Instrument unseres Arbeitsschutzes, in dem Procurement-System nachzuschauen, bei den dafür in Frage kommenden Produkten. Was gibt es für Sicherheitsdatenblätter? Was muss ich daraus ableiten für die Verwendung eben dieses Produktes? Sie sehen, relativ umfangreich, sehr gut detailliert, ist innerhalb des Procurement-Systems sofort für den Besteller ersichtlich und letztendlich auch ausdruckbar bzw. hinterlegbar. Das ist das eine. Wie hier sehen Sie die E-Class-Klassifikation. Möchte ich jetzt noch mal darauf eingehen, warum wir darauf Wert legen, dass wir bis auf die E-Class-Untergruppe von unseren Lieferanten die Klassifikation haben wollen. Ich sagte schon, der große Vorteil eines solchen Procurement-Systems ist die Prozessautomation. Wenn wir auf Rechnungen verzichten, verzichten wir letztendlich auch auf die Arbeit und auch auf die Kontrolle von Buchhaltern. Hinter jeder Bestellung, hinter jedem Artikel oder jeder Ausgabe, die wir als Konzern DB AG verbuchen, muss aber ein DB-internes Sachkonto hinterlegt werden, um letztendlich unsere Bilanz systemkonform zu erstellen. Wir sind hergegangen, um den Gutschriftverfahren durchzuziehen, haben wir eine Mapping-Tabelle, zu der jeder E-Class-Gruppe ein DB-internes Sachkonto hinterlegt ist. Das heißt, derjenige, der bestellt, braucht sich keine Gedanken mehr machen, auf welches Sachkonto intern muss ich es verbuchen. Das macht das System für ihn automatisch. Das Einzige, was er eingeben muss, ist noch seine Kostenstelle. Dann eine weitere Besonderheit in der Suche, die für alle interessant ist. Ich werde mal hier einen Begriff eingeben, den Sie wahrscheinlich kaum kennen, der Begriff Akten-Dulli. Die Deutsche Bahn AG ist ja nun aus dem Zusammenschluss Deutsche Bundesbahn und Deutsche Reichsbahn entstanden und gewisse Begrifflichkeiten sind natürlich in Ost und West schon unterschiedlich gewesen. Ich glaube kaum, dass jemand im Westen mit dem Begriff Akten-Dulli was anfangen kann. Wenn ich Ihnen jetzt das Ergebnis aufblende, werden Sie sagen, aha, das ist das. Wir haben also dadurch die Möglichkeit, wenn es der Lieferant denn tut, wozu wir ihm immer wieder raten, es zu tun, damit seine Produkte auch gefunden werden, durch Schlagwörter die Begrifflichkeiten zu erweitern. Desgleichen sehen Sie hier eine weitere Möglichkeit, diese grüne Kreis mit dem Haken dran als Preferred Article. Das ist das gemeinsam vom Lieferant und vom Einkäufer verabredete Zeichen an den Bedarfsträger. Das empfehlen wir dir zu bestellen. Um Ihnen mal zu zeigen, wie es in der E-Class-Struktur aussieht, ich kann hier, wenn ich denn wollte, direkt nach allem schauen, was in der E-Class strukturiert ist. Das wird natürlich nur der professionelle Einkäufer tun. Der normale Bestellberechtigte innerhalb unseres Konzerns, der hier etwas sucht, wird klassisch über den Lieferanten oder über die Schlagworte suchen. Aber auch hier haben wir die Möglichkeit, bis in die kleinsten Verzweigungen hinein, die entsprechenden Sachen zu finden. Ich blende das einfach mal auf. Eine recht interessante Sache. Ein Ausgabebeleg A6 mit Bild dabei. Wozu ist das gut? Für die entsprechenden Bedarfsträger, die darüber eine Abrechnung fertigen. Ich gehe noch mal auf die Textsuche zurück. Ein paar Besonderheiten möchte ich Ihnen auch noch zeigen, die damit möglich sind, auch für den Lieferanten zu dokumentieren. Und zwar der Feuerlöscher. Feuerlöscher werden natürlich überall gebraucht, insbesondere auch bei uns. Ich will das jetzt hier gar nicht weitergehen. Das sind Standardfeuerlöscher, die sowohl in Gebäuden, teilweise auch in Zügen verwendet werden. Sie haben hier wieder den Preferred-Artikel. Und was ganz wichtig ist, das kann dieses System jetzt, wichtig für uns, und das ist wichtig auch für den Lieferanten, es können Preismengenstaffeln hinterlegt werden. Ein bis 300 Stück zu diesem Preis und über 300 Stück zu jenem Preis. Der Besteller braucht sich hier keine Gedanken mehr machen. Er trägt nur die gewünschte Bestellmenge ein und das System errechnet automatisch unter Zuhilfenahme der hinterlegten Preismengenstaffeln, welcher Preis gezogen werden muss. Alles das kann der Lieferant im BME-CAD hinterlegen. Die Felder sind da, sie können gefüllt werden. Ein weiteres noch, was in der Vergangenheit immer problematisch war, gerade auch mit dem BME-CAD 1.2, die berühmten Metallzuschläge. Die sind gekennzeichnet durch ein M. Hier verlassen wir eigentlich die Systematik unseres E-Procurement-Systems, weil eben wie gesagt BME-CAD 1.2 es nicht kann. Es ist aber hinterlegt im Stammdatensatz selber, wie die Formel zur Berechnung des Metallzuschlags auszusehen hat. Wenn ein Bedarfsträger ein solches Produkt bestellt, wird es automatisch zu unserem zentralen SAP R3K durchgeroutet und von dort die Bestellung mit den Metallzuschlägen berechnet und an den Lieferanten verschickt. Könnte man lösen, wenn man den neueren BME-CAD hat, wird vielleicht eines Tages bei uns auch der Fall sein. Eins möchte ich Ihnen zum Schluss noch zeigen. Dann glaube ich, Herr Lindner, muss ich mich wohl etwas kürzer fassen. Wir können auch, sofern es denn eine tatsächliche Materialstammnummer gibt, bei uns im SAP auch danach suchen. Es gibt die Möglichkeit, die Artikelnummer des Käufers, also sprich die klassische SAP-Nummer suchen. Auch hier ein Produkt, eine Kunststoffledertasche für gewisse Lampen. Auch diese Firma, ein klein- und mittelständischer Betrieb aus der Nähe von Köln, sodass der Bedarfsträger eine ganze Menge Möglichkeiten hat, seine Artikel zu suchen und zu finden. Weitere Möglichkeiten sind ebenfalls noch gegeben mit Hinweisen auf Zubehör, auf Ersatzteil, möchte ich Ihnen aber jetzt hier nicht en detail zeigen. Ganz wichtig, für uns hat sich ein solches Procurementsystem dramatisch gelohnt. Ich sage es mal so, in unserem klassischen, oder in dem klassischen Bereich, in dem Büroartikelbereich, hatten wir in der Vergangenheit so circa 200.000 Bestellungen per annum. Das waren auch in der Regel 200.000 Rechnungen, das heißt 200.000 Buchungsvorgänge in der Buchhaltung. Das ist natürlich ein elementarer Vorteil für uns als Nachfrager, das automatisiert über das Gutschriftsverfahren abzuwickeln. Auch für den Lieferanten ist es ein elementarer Vorteil. Er muss nicht mehr die Rechnungen schicken, er muss sie nicht mehr kontrollieren. Und genau das wird auch der Bereich sein, wo wir künftig anfangen werden, auf die Thematik Wareneingangsbestätigung zu verzichten und es direkt vom System in der vereinbarten, nach Ablauf der vereinbarten Zeit per Automation durchzuführen. Das wäre von meiner Seite jetzt in einem wirklichen Schnelldurchlauf unser E-Procurementsystem gewesen. Ich kann nur noch eins zum Schluss sagen, im letzten Jahr haben wir umgestellt von IBP-SAP auf SAM. Es gab bei der Umstellung einige technische Probleme und ich sage mal in Anführungszeichen die Proteste und Beschwerden der Bedarfsträger in dem Zeitraum, als das System nicht zur Verfügung stand, zeigen doch, dass innerhalb des Konzerns genau diese IT-Lösung einen sehr, sehr hohen Stellenwert und sehr, sehr hohe Akzeptanz hat und letztendlich damit auch einen Beitrag leistet, das, was man sonst immer so schön unter dem Begriff Maverick Buying, also am Vertrag, am Kontrakt vorbei einkaufen, für uns deutlich reduziert hat und damit letztendlich auch dem Lieferanten, der mit uns einen Vertrag geschlossen hat, dient. Herr Lindner, wenn Sie wieder übernehmen wollen. Ja, vielen Dank, Herr Wick, für den wirklich sehr spannenden Vortrag. Ich denke, wir haben jetzt einfach auch mal die Seite der größeren Unternehmen, des Konzerns Deutsche Bahn, gehört. Es ist deshalb interessant, weil wir auch oft von den kleineren Unternehmen, von den sogenannten KMU, kleineren und mittleren Unternehmen, angesprochen werden. Warum sollen Sie Ihre Produkte nach e-Class klassifizieren? Viele sehen da erstmal für sich selbst keine großen Vorteile und sehen das vielleicht in erster Linie als eine gewisse, ja, wie soll ich sagen, als eine gewisse lästige Hausaufgabe an, dass Sie Ihre Produktdaten nochmal in die Hand nehmen sollen und klassifizieren sollen. Aber ich denke, wenn man dann einfach mal gesehen hat, was die großen Konzerne auf der anderen Seite mit diesen Informationen machen können, wie sie ihre Prozesse optimieren können, dann ist es, denke ich, auch immer sinnvoll, dann macht es auch mehr Spaß, diese, in Anführungsstrichen, lästige Hausaufgabe umzusetzen. Und Sie haben ja die Stichworte gebracht, das sind auf der einen Seite natürlich auch für den Lieferanten die Vorteile, schnelle Zahlungsläufe, ja, automatisierte Gutschriftverfahren, das sind natürlich alles Dinge, die auch im Interesse des Lieferanten dann sind. Und, ja, ich möchte jetzt aber auch gar nicht so lange reden, sondern ich würde Sie jetzt einfach als Teilnehmer nochmal auffordern, wenn Sie eine bestimmte Frage haben, zu dem einen oder anderen, was Sie jetzt gehört haben, dann ziehen Sie sich bitte nicht, sondern tragen diese Frage in der Eingabezeile in der Chatbox ein, klicken auf den abgewinkelten Pfeil und wir haben jetzt den Herrn Wick noch in der Leitung, der kann Ihnen diese Fragen dann auch beantworten. Eins möchte ich vielleicht an der Stelle... Vielleicht einfach auch nur der Hinweis, ja. Eins möchte ich an der Stelle noch nachtragen, sagen, ich sagte, wir bewegen uns im Standard von BME-CAT 1.2 und E-Class 5.1.3, auch wenn wir von dem Lieferanten nicht das komplette Sortiment übernehmen. Das heißt nicht, dass der Lieferant deswegen für uns einen abgespeckten Katalog machen muss. Im Prinzip reicht unserem System der klassische Katalog, dem er jedermann jeden Marktplatz überall anbietet, mit der entsprechenden Preisliste. von unserem Einkauf wird eben die im Vertrag verhandelte E-Class freigegeben und die nicht im Vertrag verhandelte und abgeschlossene E-Class-Untergruppen werden gesperrt, sodass auch da seitens des Lieferanten kein zusätzlicher Aufwand entsteht, sofern er denn schon einen Katalog nach diesen Kriterien hat. Ja, Herr Wick, wir haben jetzt hier eine Frage von einem Teilnehmer bekommen. Ich lese gerade noch mal vor, damit die anderen Teilnehmer die Frage auch verstehen. Welche Rolle genau spielt bei dem Prozess SAP und wie wurde die Integration durchgeführt? Also welche Rolle spielt bei dem Prozess SAP und wie wurde die Integration durchgeführt? Das ist wahrscheinlich nicht so einfach zu beantworten, aber versuchen Sie es vielleicht mal, Herr Wick. Ja, jetzt werde ich mal versuchen. Ich gehöre nicht zu der Abteilung, die das gemacht hat, aber ich kenne den Hintergrund. Warum? Die Rolle von SAP war ursprünglich eine ganz, ganz, ganz kleine. Hängt damit zusammen, weil wir als wahrscheinlich einer der letzten Konzerne von SAP R2 auf SAP R3 gewechselt sind. Als wir den Klickshop einführten, hatten wir noch R2 und damit war eine volle Integration in SAP gar nicht mehr möglich, weil niemand mehr eine Schnittstelle zu diesem damals schon obsoleten System entwickeln wollte. Deswegen hatten wir das Gutschriftverfahren eingeführt, sprich, letztendlich lief alles in dem sogenannten SAP ERP ab und nur die Gutschriftsanzeige wurde nach R3K, also nach dem SAP R2 übertragen und von dort aus ausgelöst. Momentan sieht es so aus, ist die Einbindung schon etwas tiefer möglich. Wir bleiben aber dabei, dass wir dieses System Klickshop nur für die klassischen Verbrauchsmaterialien verwenden, für alles ist das, was wir in unseren Werkstätten auf Lager nehmen, also Ersatzteile für die Lokomotiven, für Waggons, Drehgestelle, Bremsen etc. pp., die werden im klassischen SAP-System ausgeführt. Die Schnittstelle zum SAP ist aber heute so, dass aus dem Klickshop die Bestellung abgelegt wird im System, auch entsprechende Infosätze abgelegt werden, wo notwendig sind und letztendlich über die Integration in das Business Warehouse auch die üblichen Statistiken Auswertungen gefahren werden kann. Aber letztendlich ist dieses SAP Supplier Relationship Management in dem Sprachgebrauch von SAP nach wie vor ein etwas stärker, aber immer noch selbstständiges System. Ja, wir haben jetzt hier auch schon mehrere weitere Fragen. Ich lese einfach noch mal vor. Könnten Sie noch etwas zum Zusammenhang zwischen Vollintegration und Bestellhäufigkeit sagen? Wie viele Lieferanten haben eine Vollintegration? Wie viele Vollintegrationen existieren? Wie sieht die technische Umsetzung aus? Vielleicht sagen Sie Herr Wick auch noch mal was zu dem Begriff Vollintegration, was damit auch für die Teilnehmer, die vielleicht nicht so tief in der Materie stecken gemeint ist? Ja, also Vollintegration bedeutet, dass sie von unserem jetzigen Provider, Sie haben es ja vielleicht gesehen, von Habwu, eine elektronische Direktanbindung haben. Wie immer sie die auch gestalten mögen, ist individuelle Verhandlungssache. Ich sage mal, ein Lieferant, der pro Tag mehr als tausend Bestellungen bekommt, ist sicherlich gut beraten, eine elektronische Vollintegration zu wählen. Das heißt, die Bestellungen, die im Klickshop ausgelöst werden, je nachdem, wie er es bei sich weiterverarbeiten kann, fließt dann in sein Vertriebssystem. Ist er SAP-Kunde, wird es wahrscheinlich ein SD sein, ein oder was auch immer. Von dort aus die entsprechende Kommissionierung direkt erfolgt und die Auslieferung an uns geschieht. Eine Teilintegration ist eigentlich angesagt, dort, wo vielleicht ein oder zwei Bestellungen pro Tag einlaufen, die man auch noch per Mail auf dem Host abholen kann und dann, ich sage mal, händisch in sein Vertriebssystem eintippt. Das ist eine individuelle Entscheidung seitens des Lieferantens, ist auch individuell mit dem in Anführungszeichen Marktplatz zu verhandeln und durchzuführen. Das kann über IDI erfolgen, das kann über O2I oder was auch immer gerade notwendig ist. Bei uns sind es, sage ich mal, relativ wenige. Das sind die großen der Branche. Büroartikel ist logisch, da laufen viel zu viele Bestellungen, als dass man die händisch bearbeiten kann, pro Tag auf. Es sind vielleicht, ich würde es mal schätzen, von den 60, vielleicht 20, die 15 bis 20, die die volle Integration haben. Bei dem anderen Teil ist es eher so, dass man, ist ja auch eine Kostenfrage, es ist nicht für umsonst zu haben, wie viel Aufwand stecke ich da rein. Das hängt also wirklich von der Bestellhäufigkeit an. Einer, der es tatsächlich auch immer noch händisch macht, ist eigentlich unser großer Monitor. Wir haben einen Versorger, der uns mit Druckerverbrauchsmaterial versorgt, also Tinte, Tonerkartuschen, komischerweise ist im Zeitalter der EDV Papier und Tinte immer noch das, was am besten geht. Der macht es zurzeit noch händisch, ruft aber bei uns an, wenn er innerhalb von einer halben Stunde keine Bestellung bekommen hat, dann fragt, bei eurem System stimmt das nicht. Er hat meistens auch 99,9% dafür der Recht. Da würde sich natürlich schon eine volle Integration rechnen. Okay, vielen Dank für die ausführliche Antwort. Die nächste Frage bezieht sich jetzt auf die Anwendung von E-Class in der Produktsuche. Nutzen Sie bei der Produktsuche auch die E-Class Baumstruktur und oder die E-Class Nummernsystematik? Also Sie haben ja die Baumstruktur gezeigt, mit der man suchen kann. Die Nummernsystematik habe ich jetzt in der Suche erstmal nicht gesehen. Ja, ich muss sagen, ja und nein. Derjenige, der bestellt, die Sekretärin in der Abteilung oder der Controller oder die Controllerin, die werden nie nach E-Class suchen. Das kennen die in der Regel nicht. Die suchen nach der offenen Struktur. Wir sagen auch jedem Lieferanten, es ist auch im BME-Card möglich, mehrere Klassifikationen zu liefern, das tun auch alle. Liefert uns euren Katalog nach E-Class, aber vergesst eure eigene Katalogstruktur nicht, danach suchen die normalen Bedarfsträger. Diejenigen, die aber nach E-Class suchen, das sind unsere strategischen Einkäufer und unsere Oberstrategen, die versuchen ja auch eben unser Produktspektrum zu bereinigen und zu vereinfachen. Also beide Seiten werden verwendet. Von der Masse, die klassische Struktur eines Kataloges, eines Papierkataloges von den professionellen strategischen Einkäufern, die auch für die entsprechenden Klassen verantwortlich sind, eben nach E-Class. Okay, jetzt kommt noch mal eine besonders interessante Frage, wie ich finde, wie stellen Sie sicher, dass alle Produkte bis zur letzten Ebene klassifiziert sind. Haben Sie ein Katalog- Management-Team, die fehlende Daten selbst nachtragen und dann auch gleich gefragt, in Klammern, wie viele Personen? Ja, Frage verstanden. Das macht unser System automatisch. Wenn Sie den Katalog hochspielen und nicht bis auf die letzte Klasse klassifiziert haben, wird der Artikel verweigert. Da kriegen Sie eine Fehlermeldung. Wie viele Personen das machen? Ich sage es Ihnen mal, es ist dramatisch wenig. Lachen Sie nicht drüber. Das ganze System haben zwei Leute aufgebaut. Mittlerweile haben wir ein Content Management Team noch dabei. Das sind auch zwei Leute, die sich um den Content kümmern. Wir, muss ich dazu sagen, ich war auch daran beteiligt, wir nehmen auch jeden unserer Lieferanten, den wir in den Klickshop integrieren, an die Hand, machen auch eine Präsentation, wie unser System aussieht, erläutern Ihnen das alles und stehen Ihnen auch jederzeit mit Rat und Tat zur Verfügung, nehmen auch einen Testkatalog von Ihnen ab und überprüfen ihn auf Herz und Nieren, hat er das auch richtig gemacht? Darüber hinaus gibt es natürlich sowohl im E-Class selber als auch über die E-Class Kooperationspartner eine genügende Anzahl von Dienstleistern, die dort Hilfestellung leisten können. Ich kann nur sagen, aus meiner Erfahrung ist es gerade bei den kleinen und mittelständischen Unternehmen besonders gut gelaufen in der Integration. Das man als ganz großes Kompliment an die flexiblen und schnellen kleinen und mittelständischen Unternehmen. Die nächste Frage, welche Nachteile entstehen, wenn der physische Wareneingang nicht mehr verbucht wird? Können Sie darüber was sagen? Haben Sie da Nachteile im Blick, die Sie vielleicht schon festgestellt haben? Sie sind dermaßen marginal, ich sage mal, wenn Sie zehn Bleistifte bestellen und es werden nur neun geliefert. Das System sagt, es ist automatisch in zehn geliefert worden. Überlegen Sie mal, was von Aufwand das bedeutet, wenn Sie den einen reklamieren. Der Lieferant auf der anderen Seite sieht es genauso. Wenn er elf liefert und einer kommt auf die Idee, das Elfte zurück zu schicken, wird er uns sagen, lasst die Finger davon, schmeißt es weg oder behaltet es. Es gibt ein, die dort hat Herr Kohnhäuser mal analysiert, wie viel P er beschäftigt für den Wareneingang und wie viele Diskrepanzen sie in der Bestellung auffinden. Es war dann so, dass zwei P pro Jahr beschäftigt wurden und sie 8000 D-Mark Differenz entdeckt haben. Dann kann man sich überlegen, macht es Sinn. Wenn der Schaden entsteht, der durch Nicht-Reklamation würde er bei uns entstehen und das sind wir bereit zu tragen. Der Lieferant hätte einen gewissen Vorteil. Aber wir haben natürlich ja nicht jeden Lieferanten auf der Plattform, sondern es ist ein Lieferant, der im europaweiten Wettbewerb zum Zuge gekommen ist. Da ist der Preis ein Kriterium, aber auch die Zuverlässigkeit und die Bewertung, die sich aus dem Lieferanten Management ergibt. Ich glaube, da haben wir momentan sehr gute Lieferanten und wenn dann wirklich mal eins zu wenig entsteht kein Schaden im nennenswerten Umfang. Vielen Dank. Dann kommen wir jetzt auch schon langsam zum Schluss der Veranstaltung. Wir haben jetzt hier noch eine Frage. Gibt es Gründe, so lange bei E-Class 5.1.x zu bleiben? Es gibt ja schon länger die 6.x, also genauer gesagt sind wir im Moment bei der 6.2. Es gibt Gründe und die heißen einfach auf unserer Seite Aufwand. Ich muss dazu sagen, dass wir vor anderthalb Jahren, da unser Service Provider auf der Seite noch mit dem E-Class 4.1 gearbeitet hat, doch einen erheblichen Aufwand haben reinstecken müssen in 5.1.3. Wenn wir als Deutsche Bahn AG Interesse an den Produkten oder an den Gruppen, die durch 6.0 beziehungsweise den weiteren folgenden Releases hineinkommen haben, werden wir uns natürlich auch anpassen. Das ist aber auch der Vorteil eben von E-Class selber. 5.1.3 ist, Herr Lindner, korrigieren Sie mich, im Prinzip keine große Veränderung. Das, was in 5.1.3 ist, ist auch in 6.0 in der gleichen Form drin. In 6.0 ist mehr oder weniger noch etwas hinzugekommen. Es würde also auch theoretisch möglich sein, in einen höher klassifizierten Katalog in das niedrigere System einzuspielen. Ich weiß, es gibt aufgrund des Datenmodells noch gewisse Differenzen, gerade zwischen der 5.0 Version und der 6.0 Version. Wir werden mit Sicherheit als Deutsche Bahn AG auch später mal auf 6.0 beziehungsweise auf 7.0 migrieren, aber momentan sind wir mit dem eigentlich zufrieden, weil es unsere Bedürfnisse widerspiegelt. Ja, okay, also vielen Dank, Herr Wick. Ich denke, wir konnten jetzt doch sehr ausführliche Antworten auch zu den Fragen von Ihnen bekommen. Und ja, der Hinweis auch noch mal an alle Teilnehmer, die die gesamte Aufzeichnung der Veranstaltung können Sie sich bei uns im Internet unter den Online-Veranstaltungen im Archiv noch mal anschauen. Das Ganze liegt als Flashfilm bereit, ist also auch wirklich relativ flüssig, läuft relativ flüssig übers Internet und fragen können Sie uns natürlich auch im Nachgang der Veranstaltung, wenn sich noch die ein oder andere ergibt, zukommen lassen, entweder direkt bei mir per E-Mail oder wenn Sie den Kontakt vielleicht schon haben zum Weg, dann auch direkt. Ich möchte jetzt gerne noch mal hinweisen auf die nächste Veranstaltung, die wir anbieten. Das wird die Veranstaltung am 25. 2. sein, auch wieder zur gleichen Uhrzeit, 15 bis 15. 45. Da wird es diesmal um unser E-Class-Service-Portal gehen und auch darum, wie Sie als externe Teilnehmer, als nicht unbedingt E-Class-Mitglieder, sondern einfach egal, wo Sie sitzen, egal, wo Sie arbeiten, wie Sie an dieser Entwicklung mitarbeiten können, wie Sie praktisch Merkmale eingeben können, die aus Ihrer Sicht noch fehlen, wie Sie E-Class-Klassen eingeben können, die aus Ihrer Sicht noch fehlen. Das sind also alles Möglichkeiten, die Sie mit dem E-Class-Service-Portal haben und da wird mein Kollege Henning Uetterwig hier aus der E-Class-Geschäftsstelle denke ich, gute Informationen für Sie haben, wie dieses relativ neue Portal funktioniert. Da kann ich also nur jeden einladen, auch an dieser Veranstaltung teilzunehmen. Für weitere E-Class-Wunsch-Themen sind wir natürlich auch offen. Wenn Sie also sagen, wir haben jetzt hier schon so und so viele interessante Sachen gehört, aber ein entscheidendes Thema fehlt uns noch, dann kommen Sie auf mich zu. Sie haben hier meine E-Mail-Adresse stehen, lindner.eclass-office.com und ich denke, da sind wir immer bereit, dann auch solche Wunsch-Themen in der Zukunft auch mit aufzugreifen. Ja, ich bedanke mich bei allen, die teilgenommen haben, vor allem natürlich auch beim Herrn Wick für den spannenden Vortrag und ja, ich möchte Ihnen jetzt allen einen schönen Nachmittag noch wünschen und würde mich freuen, wenn Sie das nächste Mal wieder teilnehmen. Auf Wiedersehen.